Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Journey. Und ich finde es gerade so wunderschön hier. Oh Gott, ist das schön. Oh Gottes Willen, ist das schön. Wui! Hä, kann ich unendlich fliegen jetzt? Das ist ja geil. Wui! Oh, das ist ja geil. Und ihr kommt auch noch mit. Wui! Was ist denn das? Guckt mal her. Kommt mal her, meine Guten. Mitgehen. Was ist das hier? Kann ich auch noch irgendwas machen? Wui! Hm. Voll gegen die Wand geflogen. Hoppala. Oh, ja. Oh, das macht immer Spaß. Ein bisschen rumgleiten hier. Juhu. Das ist schön. Wo ist denn mein anderer Begleiter? Der war doch vorher noch da. Ja, wo bist du denn? Ich vermute mal ganz schwer, dass wir irgendwo hier lang müssen. Oh. Oh. Hier durch? Nein. Echt jetzt? Oh, ja. Tatsache. Oh, ist das hell. Leute. Schwimm ich oder was? Moment, ich muss mal nach oben. Na komm. Ach du lieber Gott, ist das schön hier. Ach cool, ich kann auf dem reiten. Oh, ja. Wui. Hoppala. Oh. Oh! Oh Gott, ist das schön! Oh mein, Schal ist irgendwie ganz kurz. Warum? Wieso? Nein! Oh Mann, die ersten fünf Minuten jetzt schon von der Folge, die waren schon wieder richtig schön. Aber nach dem Schönen kann auch mal was Schlechtes kommen. Hoffentlich nicht. Aber jetzt sind wir schon so weit gekommen. Da kann uns nichts mehr aufhalten. Hoffe ich. Immer in Richtung des Lichts. Licht ist immer gut. Hoffentlich ist es keine Falle. Habe ich schon mal erwähnt, dass der Soundtrack mega geil ist. Rein ins Licht. Auch immer es hinführt. Musik Amen. 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 Ach nein, das war doch schon das Ende? Nein! Nein! Ich will, äh, weitergehen. Die Reise kann doch noch nicht zu Ende sein. Nein. Ach, war das jetzt schön. Ja. War ein bisschen kurz, das Spiel. Aber es war schön. Hat Spaß gemacht. Und ich habe ja am Anfang erst gedacht, äh, unser Kompane, der uns da begleitet hat, dass das vielleicht ein anderer Mitspieler ist, weil er sich auch immer so komisch verhalten hat. Wie so ein, naja, ich sag mal, wie so ein anderer Online-Spieler. Habe ich mich wohl etwas täuschen lassen. Weil ich habe dann nochmal recherchiert und es war wirklich ein, naja, ich sag mal, ein NPC. Und, äh, das war so schön. Und dann auch mit dem Begleiter ein bisschen, ja, rum zu cruisen, rum zu fliegen, das war schon schön. Und, ach, einfach nur schön, das Spiel. Also ich kann es euch nur empfehlen. Das ist ja eigentlich eine Remastered-Version für die PS4. Und, äh, glaub, ich glaub, es gab es auch auf der PS3. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ursprünglich gab es das Spiel ja schon 2014, glaub ich. Und da kam es ja, glaub ich, ursprünglich auf der PS3 raus. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich labere hier die schöne Musik zu. Das geht gar nicht. Und ich halte jetzt meine Fresse. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und, äh, bis zum nächsten Projekt. Ich sag danke. Euer RiggiDiggi. Und ich bin raus. Tschüss. Und ich bin raus. Ich bin raus. Und ich bin raus. Fürs Leben und Ophelma, leufe Jesus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020